Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Gayscon. Ich bin der Janik von Ciscon. Ich habe gerade eine Frau überfahren. Wenn euch dies oder andere Videos gefallen, bitte liked uns, kommentiert uns, abonniert uns und vergesst nicht die Glocke anzumachen. Danke im Voraus. Wir sind jetzt, glaube ich, auf dem Weg zurück ins Camp. Gerade haben Abusa zurück auf die Farm gebracht. Wir sind in der letzten Folge. Dieg, wo steckst du, Bruder? Hey, Usa, ich will rüber nach Marion Forks. Marion Forks? Und das denn? Weil ich jetzt weiß, dass... Oh Mann, wie du schon sagtest, ich hab lang genug getrauert. Ich muss mich verarschen. Willst du rüber zur Kirche? Ich weiß nicht, ja. Vielleicht. Scheiße, Dieg. Zum letzten Mal, Wusa. Ich schwörs. Dicken Ende. Wir fangen jetzt nochmal zu... Sarahs Gedenkstein oder was? Okay. Dann tanken wir mal kurz. Spitz. Damit wir... den Rest des Fieges... gut durchkommen. Kann ich jetzt nicht tanken oder was? Was will Nero wirklich? Na? Sie verschwinden zwei Jahre lang. Und kommen mit gezückt auf zurück. Jetzt. Endlich. Weg. Ihr werdet nur draufgehen. Außerdem wissen wir es schon. Ich habe Sie rumschleichen sehen. Denken, Sie kennen die Wälder besser als ich. Sie machen irgendwas mit den Freaks. Verfolgen Sie. Studieren Sie. Und beobachten Sie. Machen Notizen. Ihre kleinen Notizbücher. Kann ich wieder nicht aufsteigen, ey. Und wisst ihr wieso? Sie sind unruflos. Warum? Warum lange es dauert, bis diese Mistliche sterben oder verhungern? Ich wollte sie herausfinden, warum alle wieder aus ihren Verstecken kriechen und sich wieder... Was will ich denn noch? Wer? Und das ist dunkel. Geil. Das habe ich ja gerne. Geil. Und nochmal, Cobb. Du hast keine Ahnung. Die Freaks sind auf niemandes Seite. Und die Welt? Die gehört Ihnen schon längst. kurz mal hier vorbei. Dass der Sniper mich trifft. Ich darf keinen von Ihnen lebend entkommen lassen. Alles wäre gewaltiger und Mörder. Ist das mein Herz? Ich gehe wieder weg. Hopp. Oh, Scheiße. Habe ich mich erschrocken. Scheiße. Bleib stehen, verdammt. Oh, Scheiße. Wie viele seid ihr noch? Wer kommt von der Seite? Ja. Ja. Was? 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 Just Falle. Was? Schon wieder? Was? Was? Okay, da komm ich nicht vorbei. Schade. Vielleicht darf ich es von hier. Bei der Hand. Vielleicht habe ich ihn jetzt sozusagen weggelockt. Sind wir jetzt wirklich auf dem Weg nochmal dahin? Scheiße. Das ist jetzt nachts, Alter. Sind die richtig fissig. Scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch aushäuchern. Ich muss lieber mal hier stehen. Gehe den Rest zu Fuß. Ist vielleicht besser. Eigentlich gefällt das die mir gar nicht. Die Geschichte da jetzt nachts alleine in einem verlassenen Dorf. So fangen Horrorfilme an. Oder nicht? Was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare, wie euer bestimmter Horrorfilm anfangen muss. Was zum Teufel. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Ah, mehr habt ihr nicht drauf? Das schaffst du nicht, Arter! Das war's schon. Cool. Halt doch das Foto, ey, Dick! War da Ihre Hochzeit? Äh, Sie... Sie haben eigene Schwüge? Scheiße! Nun, äh, traditionsgemäß der Bräutigam zuerst. Ich, ich fange an. Deacon. Es tut mir so leid, dass keiner da ist. Wir haben wohl echt alle angepisst. Auf beiden Seiten. Aber nicht ganz alle. Buse. In der letzten Reihe, du Peller. Du wirst wissen, dass das zeigt, wie viel du mir bedeutest. Ich würde alles für dich aufgeben. Alles. Dieser Ring ist ein Symbol meiner Liebe. Und er ist kostbar. Er hat kein Anfang. Und kein Ende. Weil es ein Kreis ist. Ich liebe dich. Na, Scheiße. Scheiße. Noch mehr. Okay. Ich fäng von verdammten Kirche! Mit Deckung! Deckungsfeuer! Er hat mit der Mist! Röntgen! Auf Deckungsfeuer! Hey! Falt! Löff die Uhr, Worte! Oh mein Gott! Geh mir da! Geh mir da! Geh mir da! Geh mir da! Geh mir da rum! Uff! Was? Nein! Geh statt deiner Seite! Weg! Weg! Geh! Da da... Geh! Arschloch! Das hätte grad gar nicht gepasst, der Schnitt. Dieser Ring ist mein Versprechen. Dass ich dich immer lieben werde. Und dich niemals verlasse. Äh... Sie... Dürfen... Die Braut küssen. Oh, ein Moment. Was? Hier, den kannst du wieder haben. Aber du musst mir versprechen... Mich so oft zu reiten wie dein Bike. Oh mein Gott! Was? Tja, ich... Erkläre euch zu Mann und... Äh... Frau. Okay. Ich... werde jetzt gehen. Alter, du Scheiße! Nehmt euch ein Zimmer! Kann ich jetzt in Ruhe alles einsammeln? Vielleicht? Du bist... Deine Sorge! So was wird nie wieder passieren. Und so nimmt er Abschied von Sarah. Und so nimmt er Abschied von Sarah. Und was jetzt? Boosman, hörst du mich? Toll, alles was ich holen könnte ist abgebrannt. Und Scheiße. Jetzt wieder ganz zurück, ne? Ja. Reise können wir nicht machen? Oh... Nee, doch nicht. Eddie, hörst du mich? Ja. Lost Lake Krankenstation. Könnt ihr mich hören? Degen, ich hör dich. Eddie. Gut. Gut, hör zu. Ähm... Willst du noch kurz auf mich warten? Ich... 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 Ich muss dich sehen. Ist alles okay? Was ist los? Äh... Gar nichts. Ich... Ich erkläre dir alles später. Deak, ein Ende. Deak. Hey, wenn du Zeit hast, schau beim Camp vorbei. Ich muss mit dir reden. Hey, Ricky. Äh... Hey, Ricky. Ich bin auf dem Weg. Dicken Ende. Ich bin auf dem Weg. Gerade eben war der doch nicht so. Scheiße. Ach, von Scheiße. Nein! Was war das denn? Kackbratzen, ey. Ich muss den Scheiß abbrennen. Ich muss die Gegend hier sicher machen. Gut. Also noch mal. Ich muss mich schon aufpassen. Was zum Teufel ist hier passiert? Vielleicht gibt es hier noch was, wofür sich die Mühe lohnt. So. Damit müsste ich eigentlich durchkommen. Hopp, hopp. Und weiter geht's. Dann starten wir. Ich geh mit Blut aus dem Weg. Ich geh mit Blut aus dem Weg. Ich werde nicht zum Hulk. Ich geh mit Blut aus. Ich bin so ein Bob, ey. Bist du blöd? Ich bin so ein Bob. Kann ich fahren. Ich brauche ein bisschen Schrott. Obwohl es im Wald gefährlich ist. Wer weiß, was hier alles kommt. Die sind Kinder, ne? Da juckt es mich in den Fingern. Ist nicht zu erlösen. Hab ich sogar keine Zeit. Andere Dinge am Stecken. Verdammt. Ich reiche. Wie viele Drifter habt ihr? Schnell weiter. Gar nicht rumkommen. Der Schlaf ist immer wieder voll. Für jeden, der neu dazugekommen ist. Die Nester mache ich vielleicht in ein paar extra Folgen. Weil ich spiele gerade erst mal nur die Story durch. Ich bin so ein Story-Typ-Spieler. Und ja, bis zum Schluss. Eddie, hörst du mich? Lost Lake Krankenstation. Könnt ihr mich hören? Degen, ich hör dich. Eddie, gut. Gut, hör zu. Willst du noch kurz auf mich warten? Ich muss dich sehen. Ist alles okay? Was ist los? Äh, gar nichts. Ich erkläre dir alles später. Degen Ende. Geht gleich an. Kurz hier. Hey, hast du Ricky gesehen? Manchmal kurz Spiel speichern. Und das Spiel hat sich fast aufgehängt. Geil. Jetzt kann es weitergehen. Sag ihr, sie soll gefälligst arbeiten. Ja. Find ich auch. Find ich auch. Find ich auch. Hast du, was du brauchst? Ja. Absolut alles. Los. Los. Ich dachte, er wollte Eddie nochmal sehen. Hm. Wenn er nicht will. Ey, du klingst ziemlich aufgeregt. Wir sind Lichtbringer, Eddie. Was? Es heißen schließlich, bevor es dunkel verfluchst, entzünde ein Licht. Wir haben in den letzten zwei Jahren nichts als geflucht. Wir bringen Lost Lake den Strom zurück und entzünden damit ein Licht. Ja, es gibt nur ein Problem. Eigentlich mal das warme Bart oder was. Was stand da nochmal? Erledige die Fricker an der Tankstelle. Okay. Okay. Erstmal aufladen. Dann das hier aufladen. Okay. Doch wieder dann Mittel. Ist kaputt? Scheiße. Na scheiße. Was war's für dich? Okay. Ford? Oh ja. Okay, um das zu reparieren, muss ich da hochklettern. Hast du das schon mal gemacht? Nein, aber irgendwann ist ja immer das erste Mal. Genau. Okay, los, hilf mir hoch. Gut, bereit? Aha. Jo. Eins, zwei, drei! Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke! Ich werd mich dran erinnern. Scheiß Kind, ne? Komm mal, du Kackin. Ich kenne ihn. Ich bin ein Z Perf, darum geht zu bewerben. Ich weiß nicht ein Z hunt Biden. gider na место oder eins Scheiße. Verloren? Oder was? Zwei. Wenn du fällst, kann ich dich nicht mehr halten. Hey, danke. Ich werde mich dran erinnern. Gute Nacht. Alter. Scheiß Kind. Verdammt, wo zum Zeug, wie kommen die denn her? Scheiße, überall. Warte. Na also. Oh Mann. Kann ich vorher hier die Öhrchen einsammeln? Und noch mehr Beute. Okay. Okay. Na, endlich. Und die zwei sind oben. Also, deine Lady. So. Okay, woher zum Teufel? Ja, ja. Lass einfach gut sein. Okay. Fast wieder runtergeflogen.